Hallo liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FAN, das Sammlermagazin. Euer Magazin rund um Actionfiguren und Merchandise außerhalb des Moto-Universums. Und ihr seht schon hier auf meinem Tisch, falls ihr noch nicht in der Videoüberschrift das gelesen habt, geht es heute, ja man sieht es hier, wieder einmal um Batman. Meinem Lieblings-Batman aus der 60er Jahre Serie Batman. Und McFarlane Toys bringt ja seit geraumer Zeit, bringen sie immer tolle Actionfiguren an den Start. Und die haben mich natürlich sofort geflecht. Und nachdem ich letztes Mal, in der letzten Ausgabe, wo ich Batman McFarlane Toys behandelt habe, ja, das Video fertig hochgeladen habe, veröffentlicht habe, gab es eine Pressemitteilung von McFarlane Toys, dass sie meine in diesem Video angesprochenen Figuren, die ich noch gerne hätte, die es bis dato noch gar nicht gab, dass ich sie gerne hätte, haben McFarlane Toys dann da bestätigt, dass diese Figuren zeitnah veröffentlicht werden. Und ich glaube, Mitte März war es nun soweit, die verbliebenen Figuren, die ich noch gerne gehabt hätte, wurden veröffentlicht. Zum einen, ja, der Pinguin. Ja, der Pinguin wurde veröffentlicht, aber auch Catwoman. Ja, Catwoman, das gefährliche Katzenweib. Ja, diese Figuren hat McFarlane Toys jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht. Obwohl es heißt paar Tage, ist ja schon vor ein paar Wochen, muss man jetzt sagen. Und die möchte ich euch präsentieren. Leider, wie es auch bei den Batman Toys immer so bei mir ist. Leider nur ein Inboxing. Also ich packe die Figuren nicht aus, aber ich stelle sie euch näher vor in der Verpackung samt Blister. Und dann habe ich noch etwas Tolles bekommen. Da bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei Martin aus Leverkusen, unser He-Fan. Ja, nochmal vielen Dank, denn er hat mich angeschrieben und meinte, hast du schon Robin ohne Maske? Und ich wusste gar nicht, dass es Robin ohne Maske gibt. Ja, es gibt diesen Robin ohne Maske unter dem Label McFarlane Premium Edition. Ja, so sieht er aus. Das gucken wir uns natürlich auch an. Also haben wir wieder etwas vor. Und da beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Inboxing. Und da bietet sich natürlich erstmal an, das Katzenluder Catwoman mal anzuschauen. Ja, da steht Catwoman, steht da elegant im Blister. Und hier nebenan sieht man auch noch die Action-Sprechblasen mit den Worten Aili, Ailo. Ja, das ist Catwomans Aussprache. Ja, ich finde sie jetzt nicht so glücklich umgesetzt. Muss ich mal lassen. Okay, auf den Produktfotos, die angeteasert worden sind im März, war sie noch schlimmer dran. Aber ja, ist jetzt nicht so ganz schlimm, aber nicht unbedingt so meine Nummer. Ja, also nicht so ganz detailgetreu. Hier hat sie natürlich eine goldene Kette samt goldenen Gürtel für das goldene Kätzchen. Auch diese Verpackung aus dieser Toyline besteht natürlich aus dem klassischen Batman-Logo mit dem Untersatz Classic TV Series. Oben DC McFarlane Toys und die Figurreihe ist ab zwölf Jahren aufwärts empfohlen. Ja, hier unten die Silhouette von Gotham City. Ja, hier hinten die Backcard. Ja, man sieht hier auch Catwoman. Mal nebenbei wurde Catwoman von Julian Newmar gespielt. Ist heute 88 Jahre alt. Ja, krass. Also kein junges Mädchen mehr. Und hat ihre Rolle damals, fand ich, richtig cool gemacht. Und sie sah auch richtig, richtig sexy aus. Ja, die nächste Figur wartet auf uns. Und zwar der böse Pinguin. Quack, 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 quack. Ja, der Pinguin. Er wurde damals von Oswald Shesterfield gespielt und ist auch einer meiner Lieblingsfiguren neben dem Riddler in der TV-Serie. Auch diese Karte ist genauso wie die anderen Karten in blau-orange gehalten. Natürlich steht hier das Batman-Logo drauf. DC McFarlane Toys. Und auch diese Figur ist ab zwölf Jahren aufwärts geeignet. Ja, auch hier diese Figur bringt Action-Sprechblasen mit. Mit Po-Ka-Woo. Ja, das macht so richtig Spaß, ja, damit zu spielen. Wenn man sie auspackt oder nicht so wie ich leider ein OVP-Leist. Hier unten nochmal Gotham City in der Skyline. Und hier die Backcard der Figur. Also ich finde die Charaktere sehr gut nachempfunden. Ja, was meint ihr? Postet mir mal unten in die Kommentare. So, jetzt kommen wir zu Robin. Und zwar Robin unmaskiert als McFarlane Plantium oder Plantium Edition. Ja, hier sieht man Robin mal ohne seine Maske. Ja, also das ist natürlich, das ist glaube ich eins zu eins die gleiche Figur, die es mit Maske gibt. Ja, ja, kennt man das. Es ist wirklich, also bis auf die Maske identisch. Es ist wirklich nur was für Hardcore-Fans wie mich zum Beispiel, ja, die auch die Figur mal ohne Maske sehen wollen. Ja, auch Robin bringt hier seine Action-Sprechblasen mit, mit Bäm und Wham. Ja, diese hatte er auch bei der normalen Version mit dabei. Dass es eine McFarlane Plantium Edition ist, sieht man natürlich hier unten am Blister an diesem, ja, weißen oder silbernen Aufkleber. Ich glaube, es ist weiß. Ja, hier die Backcard mit Robin natürlich als Bild. Ja, ist ganz okay gelungen, finde ich mal. Nehmen bei, Burt Ward hat Robin damals in den 60er Jahren gespielt. Aber heute sieht Robin nicht mehr so aus wie Robin. Nein, er ist natürlich ein bisschen mutiert. Er ist sehr korpulent geworden. Müsst ihr euch mal im Internet anschauen. Mal neben bei, heute trinke ich meinen Kaffee aus der Joker-Tasse. Ja, diese hat der Schlager-Guru von Michael, damit wieder einen lieben Gruß zu dir nach Essen, hat er zu Weihnachten bekommen. Und thematisch passt es natürlich zur heutigen Ausgabe von Fenn. Prost! Und mal nebenbei, der Aufkleber von McFarlane Plantium Edition ist silber, nicht weiß. Eben beim Licht sah es aus wie weiß, klar, durch die Scheinwerfer. Aber jetzt sehe ich gerade, hier ist silber. Ja, ich habe einmal ein bisschen recherchiert. Zwar jetzt nicht so ganz gründlich, aber ich habe im ersten Blick, habe ich nichts gefunden, außer Robin in dieser Edition. Es gibt, glaube ich, gar keine andere Figur, die diese Edition trägt. Wenn ich mich irre, postet mir gerne unten in die Kommentare, ja, welche Figuren es noch gibt aus dieser Edition. Und wie gesagt, der unterscheidet sich ja null von dem maskierten Robin, ja, nochmal hier. Der unterscheidet sich wirklich gar nicht, ja, nur dass die Maske halt fehlt. Aber trotzdem finde ich cool, ja, die beiden. Auch hier Batman ohne Maske, ja. Steht gerade, wo steht der Batman ohne Maske? Hier, hier oben, neben dem Joker, ja. Fand ich auch cool. Muss ich lassen. Eine sehr schöne Reihe, ja, von McFarlane Toys. Lohnt sich auf alle Fälle. Und wie gesagt, ich stelle die mal wieder kurz zurück. Wie gesagt, diese Figuren gibt es jetzt seit einigen Wochen, gibt es diese zu kaufen. Ich habe schon, äh, diverse Online-Händler gesehen, die diese anbieten. Und auch, äh, ein Comic-Shop in Bochum soll diese Figuren schon vorrätig haben im Laden. Also, alle dahin, alle Batman-Fans der 60er-Jahre, alle dahin. Ähm, auch der Pinguin, ach, den mochte ich auch sehr gerne, ne? Ja, 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 ja. Die waren ja alle strunzenböse, ne? Auch hier Catwoman. Obwohl, wie gesagt, das Gesicht, damit werde ich nicht so ganz, ganz, ganz warm, ne? Aber trotzdem cool, das zu haben. Leider, dass ich die Figuren nie auspacken werde. Leider. Leider, leider. Was cool wäre, wäre natürlich eine Neuauflage, so in diesem Style, ja, in diesem verspielten Style mit diesen Buh-Buh-Action-Blasen, ne? Buh-Buh-Buh. Was meint ihr, würde ich euch über ein Comeback freuen? Also, ich schaue die Serie regelmäßig mal an, ja, mal ein bis zwei Folgen. Mehr kann ich aber auch am Stück leider nicht ertragen. Wirklich, wie ich ja schon mal in den Videos gesagt habe, ein liebevoller Trash. Ja, liebevoll gemacht und trotzdem, ja, weil die Effekte, die erkennt man jetzt dank dem DVD-Zeitalter und Blu-Ray-Zeitalter, erkennt man meistens die Tricks, die da angewendet worden sind. Weil damals, ja, da hatte man kein hochauflößendes Fernsehen, geschweige denn im Kino. Ja, dann konnte man durch dieses etwas matschige Bild, sage ich mal, konnte man diese Tricks nicht erkennen. Aber heutzutage, ich sage immer, die Blu-Ray oder HD, ja, HD entzaubert viele Tricks. Ja, damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Fandas Sammlermagazin mit weiteren herrlichen Figuren der Batman-Serie von damals aus den 60ern. Ja, schön. Und sie ist 88, die Schauspielerin, das ist abgefahren. Mein Gott, die Zeit vergeht, 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 die jetzt auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt auf alle Pälle friedlich, gesund und sammelwütig. Bis zum nächsten Mal zu einem nächsten Video hier auf meinem Kanal. Tschöö. Ja.